Ich muss ja anfangen. Hallo, hier ist Chrissi und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein paar Sachen für dich. Erstmal hallo. Ach ja, wer ist dabei? Ich bin auch mit dabei. Wir haben eben für mich ein Video aufgenommen, wo ich hier Sachen gegeben habe. Unter anderem dieses Einhorn hier. Und jetzt gibt es Sachen für mich. Ich weiß nicht, wie viele fünf. Wie ich lasse? Fünf, sechs. Ach, du weißt gar nicht genau. Okay. Leg' einfach los. Ja. Einen Augen zu machen oder so. Ja, mach auch ein Suf. Ich bin so gefallen. Was mich hier erwartet. Also die Sachen sind in etwas drin, was auch schon für dich ist. Darf ich gucken? Warte. Ich zeige es erst mal. Okay, du darfst jetzt gucken. Es ist ein Rucksack. Oh Mann. Und da sind jetzt die Sachen drin. Ach, da ist alles drin? Ja. Aber ich hole sie dir raus, ja? Okay. Hilfe. Wie fühlst du den Rucksack? Der Rucksack ist toll. Ja? Kann ich meinem Bruder geben. Als erstes haben wir... Das. Das. Da sind wir so ein bisschen im Partner los. Guck einfach. Ist klar. Wieso? Das ist nicht deine Größe, aber du quetschst dich da jetzt bitte. Bitte rein, ja? Ja. Jetzt. Wofür machst du her? Die sind auch von Klairs. Hä? Wie cool. Toll. Also wenn das nicht cool aussieht, da weiß ich auch nicht weiter. Soll mal die andere Socke? Ja. Ja, die coole Socken endlich. Es gab auch noch welche mit Donuts. Geil, Donuts. Oh mein Gott. Ja, okay. Weiter? Ja. Weiter. Machen Augen zu? Ich mache Augen zu, ja gut. Das ist so ein Set. Kannst du halt da gucken? Nein. Darf ich jetzt gucken? Ja. Was ist das denn? Einmal Katzenohren. Hä? Ein Halsband. Ach. Das geht nicht zu. Bist du groß? Ja, du bist zu groß. Das nehmen wir dann um deine Hand, okay? Mein Hals ist zu groß. Ich habe es anprobiert und es hat mir gepasst. Hast du das schon fertig? Ja. Zieh so hoch, wie es geht, damit es so bleibt. So. Und ein Schwanz. Musst du die auch anmachen. Musst du die auch anmachen? Vielleicht. Oh Mann. Also ich bin schlimmer. Die letzte Sache. Okay, aber jetzt. Ich dachte zwei. Ja, jetzt. Die letzte Sache ist schlimmer. Okay. Nein. Jetzt. Darf ich es erfüllen? Ja. Warte. Ist das ein Spetterling? Ist das ein Spetterling? Nee. Eine Brille. Ja. Setz mal bitte auf. Soll ich gucken? Ja. Die Dinger habe ich auch gesehen. Ja? Ja. Schade. Und dann. Schau mal lustig aus. Es ist. Es sind Eiswaffeln. Geil. Wenn ich Hunger habe auf Eis, muss ich einfach die Brille aussetzen. Und dann sehe ich die ganze Zeit durch Eis. Jetzt kommt noch was Schlimmeres. Ja. Also für mich. Das war mir auch unangenehm, es zu kaufen. Und als ich dann in der Stadt rumgelaufen bin, ist die Tüte gerissen. Und mir ist die Sache rausgefallen. Und ich lag dann auf dem Boden. Es hat zum Glück nur einer gesehen, aber es war trotzdem irgendwie. Ich meine Augen zu. Ja. Hilfe. Was soll denn jetzt kommen? Hast du Augen zu? Ja. Als nächstes haben wir nämlich. Das hier. Soll ich auch erfüllen. Ja. Ich gucke lieber, okay? Ja. Das ist eine Unterhöhung in Größe 52,54. Nö. Cool. Da ist sogar ein Schmetterling drauf. Ach, da ist sogar ein Schmetterling mit drauf. Cool. So was habe ich auch schon bei dir zu holen. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, es wäre zu krass. Gut, dann weiß ich schon mal. Es ist die größte Größe, die ich gefunden habe. Wo ist der Schwanz? Dreh dich mal um. Nein, das ist man fast nicht. Also so. Dreh dich mal bitte um. Du bist ja seit nur oben. Ist klar. Was ist das denn? Wenn ich so etwas nochmal machen sollte, das gibt es von oben her zurück. Also ich muss sagen, ich sehe richtig cool aus. Ihr seht schon die ganzen Screenshots. Ja, ich habe jetzt auch einen gemacht. Also sie sieht sehr gut aus. War das jetzt alles? Das war alles. Ach, mein Rucksack. Dein Rucksack, genau. Ich will ja noch behalten. Oh Mann. Aber kommst du dann bitte in die Schule? Richtig. Auch mit den... Ja klar, ich meine, warum nicht? So geht man mit der Unterhose. Auch mit der Unterhose. Ist klar. Ja, okay, mache ich auf jeden Fall. Du aber auch und so. Ich brauche schlimmere Sachen für dich. Das war es mit dem Video. Bei Max gibt es noch einen anderen Teil, wo er mir die Geschehen gibt. Die waren viel besser bei mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.